Das ist mein Verein. Ich liebe meinen Verein. Für mich gibt es nur einen Verein. Den LinnduTV. Ich verkaufe meine Playstation für meinen Verein. Das ist nicht euer Ernst. Hier kann man doch kein Basketballspiel spielen. Das hat mir irgendwie so ein bisschen Kobe-Vibes gegeben. Warum kam es zur Vereinskunde? Improvisiert, aber am Ende blieb es dann doch. Ein bisschen länger darfst du schwul drauf antworten. Erste Saison, wir dachten, wir rasieren alles im Bezirk. Aber wenn ich an die Weihnachtsfeiern denke. Für mich hat sich die Frage eigentlich nie gestellt, ob ich zu einem anderen Verein gehen sollte. Willkommen im Doh. Die LinnduTVs begrüßen alle Fans. Du wolltest mich bearschen. Genau. Was geht hier?